Sylvie Mais weiß, wie sie von sich reden machen kann. Denn genau das hat sie wieder mal bei der Hochzeit von Barbara Mayer und Clemens Hallmann unter Beweis gestellt. In Venedig schreitet das Model in einem wunderschönen Brautkleid vor den Traualtar und gibt ihrem Liebsten das Ja-Wort. Und wie es bei einer Hochzeit üblich ist, liegen an diesem Tag alle Augen auf der Braut. Doch Sylvie Mais hat es beinahe geschafft, Barbara hier mit ihrem auffälligen Dress die Show zu stehlen. Die gebürtige Niederländerin hat sich für ein freizügiges und sehr glamouröses Kleid entschieden. Ein hoher Beinschlitz und funkelnde Details machen das roséfarbige Dress zum Hingucker. Ja, Sylvie sieht umwerfend aus. Durchaus etwas zu umwerfend, wie ihre Fans finden. Wirklich sehr schön, aber nicht schön, wenn man auf einer Hochzeit eingeladen ist. Damit stiehlt sie jeder Braut die Show. So was macht man nicht. No-Go. Und tolles Kleid, ohne Frage, aber nicht zur Hochzeit einer Freundin in Venedig. No-Go. In diesem Punkt sind sich die Fans also einig. Die 41-Jährige hat es hier in Sachen Styling wohl etwas übertrieben. Doch egal wie auffällig, freizügig oder funkelnd Sylvies Outfit auch ist, der Bräutigam hatte an diesem Tag so oder so nur Augen für seine Barbara.